Until Dawn erreicht den Goldstatus, das ist eine sehr gute Nachricht. Außerdem wurde P.T., der Playbill-Teaser zu Silent Hills, jetzt mit der Unity-Engine nachgebaut. Da gibt es ein Video zu und natürlich auch ganz viele andere interessante News. Das alles jetzt gleich nach dem Intro. Bleibt also dran. Auf der diesjährigen E3 in Los Angeles, da hat Ubisoft die Katze aus dem Sack gelassen und einen brandneuen Titel enthüllt. Und zwar Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Und dazu gibt es jetzt zwei neue Trailer. Ghost Recon Wildlands, das ist ein Militär-Shooter, den könnt ihr einzeln spielen, also alleine. Oder im kooperativen Mehrspieler-Modus mit bis zu vier Spielern. Und ihr habt, und das ist das erste Mal in der Geschichte der Reihe, wirklich eine offene, eine riesige offene Spielwelt, die ihr dann auch mehr oder weniger frei erkunden könnt. Und zwar zu Fuß, mit einem Auto, mit einem Hubschrauberflugzeug oder wie auch immer. Und ja, dazu gibt es jetzt zwei neue Trailer. Einmal den sogenannten Accolade-Trailer, der fasst nochmal alle von der Fachpresse vergebenen E3-Preise zusammen. Und dazu gibt es natürlich einige neue Spielszenen und die können auf jeden Fall schon mal beeindrucken, kann man so sagen. Und dann gibt es ein Intel-Video, das zeigt die Reaktion einiger Fans auf den Titel, denn einige Spieler hatten jetzt die Möglichkeit, den Entwickler vor Ort zu besuchen und Wildlands schon mal anzutesten. Wildlands erscheint oder soll im nächsten Jahr erscheinen und zwar für PC, PS4 und Xbox One. Und ich hoffe mal, sie bekommen das hin und der Titel erfährt dann nicht auch wieder so einen Downgrade-Debakel, beziehungsweise, ja, Watch Dogs, ne, ihr wisst, was ich meine. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus bis jetzt. Bin mal gespannt, was meint ihr. Eure Meinung gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Am 11. August 2015, da ist es schon so weit, ja, viele haben da gar nicht mit gerechnet, aber da soll schon der PS4-exklusive Horror-Adventure-Titel Everybody's Gone to the Rapture von Sony Computer Entertainment und The Chinese Room erscheinen. Also ich muss ehrlich sagen, ich warte da schon lange drauf und ich glaube, es könnte sehr cool werden. Jetzt ist ein zweites, ja, nicht Making-of, sondern B1-The-Scenes-Video erschienen und das, ja, bringt uns nochmal die Spielwelt etwas näher, nochmal den Soundtrack, der übrigens sehr, sehr, sehr cool ist. Das ist eigentlich das Coolste sogar im ganzen Spiel. Und alle Käufer, die den Titel innerhalb der ersten zwei Wochen nach Release kaufen, die bekommen sogar ein dynamisches Design für ihre PlayStation 4. Wenn das nichts ist, ich sollte den Titel mal vorbestellen. Alle Horror-Fans dürfen sich freuen, denn der PS4-exklusive Horror-Titel Until Dawn, der hat jetzt offiziell Gold-Status erreicht. Das heißt, die Entwicklung ist offiziell abgeschlossen und der Titel kann im Presswerk vervielfältigt werden. Das ist gut. Und alle Vorbesteller, die den Titel vorbestellt haben, über alle teilnehmenden Händler, das ist wichtig, die bekommen außerdem eine Belohnung. Hey, eine Belohnung, das ist super. Und zwar ein zusätzliches Kapitel. Da rückt nämlich ein neues Paar in den Fokus, in den Mittelpunkt, und zwar Emily und Matt. Die befinden sich auf einem verschneiten Berg und merken plötzlich, oh, Emily, wir sind gar nicht alleine hier. Hier treibt ein Mörder sein Unwesen und er will uns töten. Was sollen wir nur machen? Ja, und laut der Entwickler ist es eure Entscheidung, zu bestimmen, wer überlebt, wer stirbt. Vielleicht stirbt auch der Mörder. Ich weiß es nicht, aber dann seid ihr Mörder. Auf jeden Fall. In der offiziellen Beschreibung steht außerdem, dass der Titel über ein komplexes Schmetterlingseffektsystem verfügt. Das heißt, jede Entscheidung hat dramatische Auswirkungen auf Leben und Tod und den weiteren Verlauf der Geschichte. Until Dawn erscheint am 26. August 2015. Mein Name ist Patrick Hasberg und wir gehen zur nächsten News. Kurz vor Redaktionsschluss hat mich noch eine sehr interessante News... Moment, heute ist Sonntag, warum arbeite ich? Naja, hat mich auf jeden Fall eine sehr interessante News erreicht und zwar zu Silent Hills PT, also dem Playbill Teaser. Den gibt es ja mittlerweile nicht mal mehr im Playstation Network und Silent Hills wird es wohl auch nie geben, weil die haben sich gegenseitig gegen das Knie getreten und sind auf jeden Fall irgendwie sauer. Das Projekt wird es auf jeden Fall nicht geben. Und jetzt dachte sich der Entwickler, sage ich jetzt einfach mal, oder Indien-Entwickler Fakan Kurechi, den ich hoffentlich jetzt ordentlich und richtig ausgesprochen habe. Okay, dann baue ich doch PT, also den Playbill Teaser von Silent Hills, einfach mit der Unity Engine nach. Und das hat er gemacht. Innerhalb von vier Wochen hat er 100 Arbeitsstunden investiert und den Titel schon mal, beziehungsweise den Schauplatz von PT sehr detailgetreu nachgebaut. Das ist ihm sehr gut gelungen. Das könnt ihr euch auch schon herunterladen und ihr könnt euch dann den Schauplatz auch schon mal angucken. Spielen könnt ihr zwar nicht wirklich, weil das Spiel ist noch nicht wirklich fertig, also so wie PT. Aber wie gesagt, den Schauplatz könnt ihr euch schon mal angucken. Erscheinen soll das Projekt dann für Windows, Mac und Linux, wenn es dann irgendwann fertig ist. Aber wie gesagt, herunterladen könnt ihr jetzt schon und nennt sich Punity Projekt. Erinnert mich an Punica. Auf jeden Fall sehr cool. Von mir wird es auch noch ein Video geben. Entweder ist es jetzt schon auf dem Kanal oder es kommt jetzt gleich, wird wahrscheinlich schon ein paar Minuten sein. Aber da stelle ich euch das Ganze dann auch nochmal vor. Also für alle Fans, die PT nochmal spielen wollen oder nicht gespielt haben oder wie auch immer, sollten sich das vielleicht mal angucken, mal runterladen oder dann warten, bis das Projekt fertig ist. Aber ich sollte die News mal auf Kölsch machen. Ich kann nicht wirklich Kölsch, aber okay. Das mal dazu. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen von dieser leblichen News und heute ist Sonntag. Das heißt, morgen ist schon wieder Montag und die Woche beginnt. Aber nicht irgendeine Woche, sondern die Gamescom-Woche. Da wird es auf jeden Fall ganz viele Videos geben. Ich habe auch ordentlich vorproduziert, aber es wird auf jeden Fall auch viele, hoffe ich, viele Videos von der Messe geben. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wer alles dabei sein wird. Und es wird auf jeden Fall, das wollte ich auch noch kurz sagen, ein riesiges Community-Treffen geben. Und zwar am Donnerstag nach der Gamescom um 19 Uhr im Odysseum in Köln. Da haben wir nämlich mit den Verantwortlichen was richtig Geiles auf die Beine gestellt. Wir werden mit euch gemeinsam FIFA spielen. Es wird wohl ein Gewinnspiel geben, alles Mögliche. Und ja, wir haben richtig viel Platz. Da wird es auch Essen und Trinken geben. Und ihr braucht keine Karte, keine Gamescom-Karte, keine Karte für das Odysseum. Und dabei sein wird unter anderem Pezet. Nein, natürlich Mafuyu, Bronzebier, Leno, der Major vielleicht, der Dustin ist mit dabei, Currywurst und Taros. Und viele, viele mehr. Wird auf jeden Fall cool. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Lassen wir vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns vielleicht Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag auf der Messe oder im Odysseum. Ich bin auf jeden Fall die ganze Woche da vertreten. Bis dann. Schönen Tag noch. Moment, das war doch ein neues Intro heute, oder Dustin? Was? Das ist ja richtig super. Was meint ihr? Haut es gerne mal unterhalb des Videos in die Kommentare. Dustin hat das übrigens gemacht.